. . . . . Längere Strecken auf Berlin in 35 Minuten, das ist unser Ziel. Die ersten fünf Zentimeter, yes! Wir haben das Ganze entworfen, die Produktentwicklung, wir haben das designt, ausgelegt, konstruiert. Wie gesagt haben wir, wie das wirklich gemacht wird, was wir hier in der Vorlesung erleben. Unsere größte Herausforderung ist eigentlich die Zeit, weil wir haben sehr wenig Zeit gehabt, das Ganze zu entwickeln, zu konzipieren und zusammenzubauen. In vier Wochen fliegen wir dann auch nach Amerika und das Ganze muss funktionieren, ohne dass wir es einmal getestet haben. Und um diese Geschwindigkeiten zu erreichen, haben wir einerseits mal eben magnetische Levitation, somit schweben wir über dem Boden und haben hoffentlich sehr geringen Widerstand. Und zweitens haben wir noch ein Antriebssystem, von da drüben hinten sieht man den schwarzen Tank. In dem füllen wir Kluft mit 200 Bar und das ist eigentlich wie auch bei einer Rakete ein Antrieb. Wir sind eigentlich recht knapp, aber es sollte eigentlich runtergehen, wir geben Vollgas. Und man hat eigentlich von Anfang an gesagt, das funktioniert dann nicht so gut und wird sehr schwierig. Aber für mich ist es wirklich sehr, sehr schön, dass es dasteht und dass man das auch geschafft wird. Wir sind wirklich sehr motivierte Leute im Team. Wir machen es alle freiwillig. Das ist unglaublich und ich möchte eigentlich keine Sekunde missen von der Erfahrung. So I'll be crossing my fingers or raising my thumbs, as one says in German, that they have great success.